Jetzt, 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 jetzt. Eine Crepe-Pfanne. Wie geil ist das denn? Yo, meine Freunde, die Pfannkuchen sind jetzt endlich fertig. Heute letzter Tag im VV. Heute gibt es eine richtig coole Aktion. Und zwar wird an der Küste entlang die Bäume mit gehäkelten Patches eingebunden. Und das schauen wir uns dann gleich an. Jetzt lassen wir die Pfannkuchen genießen. Jo, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade unterwegs und halten Ausschau nach den ersten Bäumen. Das sind die ersten Bäume. Die Leute sind schon fleißig am Verbinden der Patches. So, das ist jetzt der Patch, den wir, glaube ich, vor ein paar Tagen gesehen haben. Und wenn wir jetzt hier so weiterschauen, sehen wir, dass da die ganzen Bäume entlang weitere Patches aufgehängt sind. Und wie es aussieht, bleiben die jetzt für ein paar Monate hängen und machen einfach VV super bunt. Ich glaube, sowas brauchen wir in Nürnberg auch. Was sagt ihr dazu? Lasst es mir mal unten in den Kommentaren, was ihr denkt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.